hallo du liebe und hallo du lieber hier ist christina ich bin zurück aus dem urlaub und schon ein paar tage wieder hier und ja super erholt es war einfach nur schön wetter war einmal sehr sehr heiß so wie es hier auch war und dann mal wieder überschwemmungen und dann mal wieder paar tage regen und kalt aber insgesamt war es einfach nur ein traum und wenn ich an den see zurückdenke dann kriege ich schon ein bisschen wehmut weil es einfach ja wasser ist mein element wahrscheinlich komme ich von atlantis ja das ist nicht das thema ich möchte heute einfach nur kurz ansagen dass mich im urlaub etwas sehr sehr beschäftigt hat also die geistige welt ist mir auch im urlaub sehr sehr nah und es gibt immer wieder situationen da kommen mehr erkenntnisse beziehungsweise da gibt es einfach einen informationsfluss und das thema das sehr stark war war integration ich will gar nicht so arg viel davon erzählen weil ich weiß dass demnächst in den nächsten tagen ein channel kommt und dieser channel ist ein sehr eine sehr wichtige botschaft weil es geht um dualität es geht um veränderung es geht um alle diese themen die wir jetzt gerade sehr stark haben die die auf uns einstürmen und noch viel schlimmer höre ich jetzt gerade als es jetzt schon ist wir werden konfrontiert mit unseren alten dingen und es gibt noch neue informationen dazu die ich dann in dem channel in den nächsten tagen also schau einfach rein in die nächsten tagen gibt es einen ausführlichen channel über dualität über integration über veränderung über angst vor veränderung und was ist schon mit den menschen gemacht hat und zwar genau an dem ort wo ich im urlaub war ok also wir sehen uns ich freue mich ich hoffe es geht ihr gut und bis bald tschüss christina